Was ist denn jetzt los? Von Blutschweiß und Tränen Du feierst dich aber nicht dafür, dass du den Argen von Punch Man abgezogen hast, denn ich mal keine Ahnung Ich feier mich dafür, dass ich das Game einfach gewonnen habe Schau dir mal seinen Profil an, ich würd sagen, der kommt aus Arena 4 Ich glaube, der hat 5600 Trophäen, das ist sein Main-Leader-Deck Rucken Was? Was? Aber es ist der Main-Leader-Deck Was ist das? Was ist das? Kann man über die Prediction reden? Das muss eigentlich ein TikTok werden, safe Ich bin einfach der Predigt-Gott Was? Ich sag's auch noch, hä?